Herzlich Willkommen! Also ich habe noch 22 Prozent auf dem Akku. Ich will noch mal schnell gucken, ich habe gerade noch mal drei Leute in die Freundesliste aufgenommen, nämlich Pappnase, Weizenauge und eigentlich auch noch einen Clash, Clash irgendwas. Ich lade einfach mal die zwei noch ein. Wir haben noch, ich denke mal noch zehn Minuten, dann ist das der Akku leer. Mal gucken, ob noch jemand dazu steht. Schafft. Also ich habe genug Akku, 29. Oh, guck mal da hinten ist ein... Zombie. Warum greift der Creeper den nicht an? Wahrscheinlich. Wenn man den Creeper-Helper tödelt, kriegt man Dias. Ja, das stimmt. Das ist, äh, eigentlich wollte ich das gerne ausbauen, aber das ist tatsächlich so. Ich... So. Siehst du, jetzt haben wir schon... Ich habe gerade geschrieben, ich wollte das Ganze aktivieren. Jetzt haben wir schon vier Diamanten. Ich packe es hier in die Kiste rein. Oh, da ist ein Baum gewachsen. Da ist hier ein Baum gewachsen. Ja, okay. Holz haben wir jetzt also. Hier haben wir auch, genau, hier haben wir auch Ranken, Schere. Was wir nicht haben, ist Eisen. Ne? Und wir haben natürlich noch kein Obsidian für das Neder-Portal. Wir haben erstmal nur so die Sachen hier oben. Und wir haben auch keine Tiere. Und die Tiere, die spawnen dann nur auf Grasblöcken. Das heißt, wir bräuchten Grasblöcke für die Tiere. Ja. Und Grasblöcke haben wir hier unten, glaube ich, ein paar, aber die reichen nicht. Also, ich weiß. Wobei, vielleicht kann es ja passieren, dass da unten auch mal... Ja. Hier sind schon Steine. Da baue ich mal schön welche ab. Ich habe auch noch kein Tier gesehen. Du baust Steine ab? Jetzt habe ich aus Versehen Dreck abgebaut. Ich mache einfach mal ein bisschen Kosmetik. Gut, machst du das. Gut, 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 machst du das. Dann kann ich gleich mal ein bisschen Kosmetik hier machen, siehst du? Aber da brennt ja gar nicht mit mir ernst. Ne, keine Angst. Das können wir natürlich noch sagen, hier oben drauf, das Feuer, damit man nicht reinfallen kann, könnte man noch eine Stufe draufsetzen. Oh. Das wäre eine ganz nette Idee noch, aber muss nicht unbedingt sein. Der Verbrennen bringt auch manche Steine. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Manchmal verbrennen die auch. Wie viele Steine habt ihr schon? Gar keine mehr. Guck mal, hast du schon mehr geredet, dass ich um dich herum alles dahin gesetzt habe gleich? Ich habe ein bisschen Erde gesammelt. Ein Stein fehlt da noch. Oh, es war echt fast runter. Ein Stein fehlt noch? Mhm. So, du hast das mit den Beeten hier schon sehr gut gemacht. Dann müssen wir, damit das hier unten nicht schief geht. So, Steine habe ich jetzt. So, ja. Hm. Angus, ich glaube, der weiß noch nicht, dass die Creeper ganz stark sind. Oh. Hier ist es zu hell, äh zu dunkel. Die brauchen hier unten also erstmal Licht. Da steht hier ein Helfer Creepy. Da steht ein Helfer Creepy. Mhm. Da war doch da so. Hier brauchen wir es definitiv hell. So. Da sind hier sogar noch eine. Hm, die stehen überall rum, ne? Ja, können wir nicht. Ach komm, drauf wir pfiffen, was machen wir jetzt anders? Das machen wir jetzt hier weg. So, so. Und ich finde, ich kriege auch Goldschwerde. Goldschwerde kriegst du von denen? Das stimmt. Genau, es sind zwei bis fünf Diamanten oder zwei Goldschwerde oder sowas. Ich merke an die. Das ist richtig. Und das ist eigentlich zu viel. Das ist eigentlich das. Also die sind stärker als normale Creeper. Die halten nur ganz schön was aus. Da muss man stark sein. Nein, aber wenn man einmal. Bei Diamanten. Das ist gut. Genau. In Diamanten ausgerüstet ist, dann kann man gegen die ganz gut, nämlich farmen gehen. Vielleicht kann ich Diamantrüstung schon bauen. So, jetzt haben wir erstmal ganz viel Erde hier unten abgegraben. Also was haben wir hier? Die erste Aufnahmesession heute mit dem kleinen Skyblock hier. Müssen wir mal gucken. Wir haben ganz schön was geschafft schon. Aber vielleicht werde ich dich überraschen. Was denn? Ich komme mal so hier runter. Ja. Ich gucke mal zu mir was ich auch habe. Ich sammle gerade mal hier unten ein Gras ein. Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier ein paar Tiere spawnen. Ich glaube wir haben keine Chance die Grasblöcke im Ganzen abzubauen. Das wird wohl nicht gehen. Ich kann mal gucken was ich gerade eben gebaut habe. Wo bist du denn? Hier oben. Diamanthelden. Echt? Hast du schon so viele Diamanten, dass du einen Diamanthelden gebaut hast? Es ist unglaublich. Es ist unfassbar. Warte mal eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Hä? Einmal Samen ist schon weg? Aieieieiei, das ist ja auch schade. Gefährlich. Gefährlich das ganze. Und die Kartoffeln sind weg. Und Möhren habe ich auch nicht. Habe ich verpasst! Keine Möhren reingelegt hier. Dafür habe ich dein goldenes Schwert reingelegt. Super. Ok. Ich packe mal noch hier unten noch zwei Kisten hin, dann machen wir uns am besten hier so ran. Da könnte man dann sozusagen die Sachen reinstellen. Da war ja gerade eine Spinne. Ich habe gerade gedacht, ich hätte etwas Schwarzes gesehen. Ich habe schon Angst gekriegt hier. Hier haben wir die unendliche Wasserquelle. Aber eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, sind das doch fünf? Ne, eins, zwei, drei, das sind vier. Einmal Samen haben wir schon eingeblüßt, die sind weg. Du darfst nicht auf die Beete drauf springen, sonst fällt der Samen raus. Hier habe ich gerade erst hingestellt. Da ist noch nicht drin. Schau mal, also Re-Angels geht. Wir machen auch gleich Schluss. Jetzt ruckelt es auch nicht mehr. Wir machen auch gleich. Schluss. Halt. Schluss. Mal gucken, ob wir hier wieder mal mit jemandem zusammen spielen. Mal gucken, ob jemand Bock hat, das nächste Mal wieder teilzunehmen. Mal gucken, ob der Akku da ist. Ich packe mal alles hier rein. 25 Prozent, wie viel Akku hast du noch? Noch nicht mehr dolle. Schau, er ist runter gesprungen. Er ist in den Tod gesprungen. Das ist ja auch eine nette Verabschiedung. Viel aus der Welt hat das Spiel verlassen. Hier können wir dann noch ein paar Bäume ernten. Das Spiel verlassen? Mhm. Es sind nur noch vier Beine hier. Genau. So. Willst du deine Sachen auch alle in die Kiste reinpacken oder willst du eine eigene Kiste haben? Ja, eine eigene Kette, wo ein Schild dran steht, wo drauf ist. Quitschi, Löffler, Quitschi, Löffler, Quitschi, Löffler. Na, warte mal. Alles, was ich eigentlich da drauf kann, ist die Kiste. Also, pass auf. Dann kriegst du eine Kiste. Warte. Eine Truhe. Und ein Schild. Schild? So, wo möchtest du dein Zimmer haben? Noch haben wir ja kein Haus. Also, das ist ja noch ein bisschen kompliziert. Oh, okay. Jetzt ist der Akku gleich leer. Wo möchtest du die Kiste haben? Hier? Ja, in der Ecke da. Hier in der Ecke da. Äh, so. Und dann machen wir da ein Schild dran. Und da schreiben wir rauf. Quitschi, Löffler, Wer war... Warte. Quitschi, Löffler, Junior. Und jetzt muss man natürlich noch ein Axan hinmachen. Quitschi, Juniors. Ja. Box. Ja. Und Papa schreibt so das Buch. Genau. Und? Brief. Kasten. Da könntest ihr also alle was reinlegen. Quitschi, Juniors, Box und Briefkasten. Und dann kann ich die aufmachen. Oh. Äh. Äh. Halt. So. Kann ich die aufmachen. Und kann dir ein Schild reinlegen. Hier ist noch ein Schild. So. Das ist also deine Ecke. Ne? Und die hier kann man dazu machen. Und da packe ich meine Sachen rein. So. Hier bleibt es sauerhaft offen. Hier bleibt es sauerhaft offen. Okay. Na dann. War es das für heute. Haben wir erstmal ganz gut was gemacht. Gucken. Schauen wir doch mal, ob da jemand Bock hat beim nächsten Mal dabei zu sein. Einfach mal gucken. Und jemand mal Bock hat. Inschub. Inschub. Insch parole. Inschub. Inschub. New Habืempio. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020